Als nächstes kümmern wir uns um die Aktivierung der Brustmuskulatur. Und dafür wäre gut, wenn du einen stabilen Hintergrund hast, dich dementsprechend an die Wand stellst, so wie der René gerade. Also dass der komplette obere Rücken an einer geraden Oberfläche Kontakt hat. Die Füße kannst du etwas weiter vorstellen und leicht in die Knie gehen. Das hat einfach den Sinn, dass wir nicht nach hinten ausweichen, wenn wir die Übung gleich machen, sodass du die Brustmuskulatur besser spürst, wenn du atmest. Wenn wir ganz genau sein wollen, dann gucken wir, wo die Brustmuskulatur sitzt. Unterm Schlüsselbein ist die zweite Rippe und dann kannst du runterzählen bis zur siebten Rippe. Du kannst aber auch einfach die Hände unter die Brust nehmen. Mach das mal. Genau. Mit dem Zeigefinger. Super. Was er jetzt macht, ist, ohne hier auszuweichen, eine tiefe Einatmung und versucht mit dem Ende der Einatmung diesen ganzen Bereich der Brustmuskulatur anzuheben und seitlich nach oben zu ziehen. Also eine tiefe Einatmung. Jetzt sieht man richtig schön, wie sich der Brustkorb öffnet und weitet. Sehr gut. Und dann einmal wieder lösen. Ein. Super. Und aus. Hier kann man schön sehen, dass beide Seiten sich gleich öffnen. Es ist sehr symmetrisch. Es kann aber auch sein, dass eine Seite weniger gut anspringt als die andere. Dann versuchen wir, die eine Seite mehr zu beatmen als die andere. Und das probieren wir jetzt einmal. Gehen wir mal davon aus, dass die linke Seite nicht so gut atmet. Dann nehmen wir die rechte Seite runter. Dann versuchst du jetzt einmal, den Arm nach vorne zu nehmen, ohne die Schulter Kontakt haben zu lassen und ein bisschen nach innen zu drehen. Dadurch aktivieren wir die Brustmuskulatur ein wenig vor. Und jetzt versuchst du nur, in die linke Seite zu atmen. Genau, die rechte atmet immer mit, aber von der Aufmerksamkeit her nur in die linke Seite zu atmen. Das sieht sehr gut aus. Super. Ein. Und aus. Davon kannst du auch wieder 10, 15 Wiederholungen machen und bist damit gut bedient. Als kleine Variante für die Aktivierung der Brustmuskulatur zum Atmen können wir ein Textilband benutzen. Das nutzen wir. Du ziehst es einmal auf wie ein Rucksack. René macht das einmal vor. Eine Seite hält eng. Und auch jetzt versuchen wir wieder, die linke Seite zu aktivieren. Das heißt, die Brustmuskulatur aktivieren wir schon vor in ihrer Anspannung, dass er den Arm nach vorne nimmt und ein bisschen nach innen dreht. Genau. Drehe dich nochmal ein bisschen seitlich. Gut. Und dann sehen wir schon, wie der Brustmuskel auf der Seite arbeiten muss. Und trotz der Arbeit, die der Muskel gerade verrichten muss, durch die Anspannung des Bandes, soll dieser auch bei der Atmung helfen. Und das probieren wir jetzt nochmal. Tief einatmen. Und versuche hier richtig schön reinzuatmen. Sehr gut. Also er kommt hoch. Und dann langsam wieder aus. Sehr gut. Einmal wieder ein. Gut. Schön hoch hier. Und aus. Super. Und noch einmal ein. Muskulatur steuert gut an. Und wieder aus. Und ein. Und aus. Wenn du es schaffst, kannst du dort auch gerne 10, 15 Wiederholungen machen. Dadurch, dass du aber das Band nach vorne drücken musst, kann es sein, dass du vorher schnell müde wirst. Also kannst du die Wiederholungszahlen natürlich deinem Fitnesslevel anpassen. Super. Im nächsten Video kümmern wir uns um den Muskel, der sozusagen die Einatmung vollendet. Und zwar ist das der große Kopfwender, der bis hier oben hinzieht. Ich freue mich auf dich. Jetzt kommen wir uns um den Mutual-G Sou handing. zum.." Vielen Dank.